Wir sind unsere Firma Kronprinz. Wir streiken hier. Wir kommen der Aufforderung von IG Metall nach. Also erstmal steht die Produktion still für 24 Stunden. Ich arbeite jetzt seit 32 Jahren in diesem Betrieb und ich arbeite seitdem Conti-Schicht, also drei Schichten. Und ich kann nicht sagen, dass es gut ist für die Gesundheit. Ihr seid flexibel. Wenn der Markt ruft, dann seid ihr da und arbeitet acht, neun oder zehn Stunden. Und wenn nichts zu tun ist, geht ihr in Kurzarbeit. Aber was ist denn, wenn das Leben ruft? Wir sind mit 100 Prozent immer dabei und wir wollen auch vom Arbeitgeber, dass wir uns dafür auch belohnen. Wir arbeiten in der Woche sechs Tage und da sind wir auch hier, dass wir das sechs Prozent kriegen. Plus diese 28-Stunden-Regelung, was auch sehr sinnvoll ist. Und da ist das, was ihr heute macht, auch nochmal ein gutes Bereich. Wir müssen erstmals verhandlungswillig sein und nicht direkt hier aufstehen und dann die Verhandlungen sind abgebrochen. Und das kann nicht sein. Man muss schon mehr miteinander reden. Wir machen so lange weiter, bis wir eine vernünftige Lösung haben.